Ein ganz fremder Katze, in die Kirche schau ich gern. Jetzt sind's nur vier Wochen, so ein Geburtstag des Herrn. Schon schein, die Deltal, die Weihnachtsknein. Hey, danke Katharina, super. Ja, ich wünsche allen meinen Kunden und meinen Mitarbeitern ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2009. Im Namen der Tippsredaktion dürfen wir uns auf diesem Wege bei all unseren treuen Lesern bedanken. Wir wünschen Ihnen allen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, sowie viel Erfolg für 2009. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2009. Das Jahr 2009 wird ja ein ganz besonderes Jahr für Bad Schallerbach, weil in diesem Jahr von April bis Oktober mit der Oberösterreichischen Landesgartenschau Botanica ein Großevent in unserem Ort stattfindet. Gemeinde und Eurotherme veranstalten gemeinsam ein Fest der Blumen im Bad Schallerbacher Kurpark. Der gesamte Ort wird erblühen und es gibt ein einzigartiges Veranstaltungsprogramm. Ich freue mich schon heute, Sie möglichst oft als Gäste in Bad Schallerbach im Rahmen dieser Landesgartenschau begrüßen zu dürfen. Ihre Schönheitsstube wünscht Ihnen schöne Weihnachten und einen gepflegten Rutsch 2009. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Im Namen der Gunthermatik Heiztechnik möchte ich mich bei allen unseren Kunden recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest, viel Glück und Erfolg im neuen Jahr. Liebe Herr Deinzeher, ich darf Ihnen als Obmann des Christkirchner Wirtschaftsbundes auch von meiner Seite ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Eine stille Adventzeit, ein schönes neues Jahr mit hoffentlich wieder vielen Chancen, auch in dieser vielleicht etwas schwierigen Zeit. Ich glaube, wir sind trotzdem hier in Oberösterreich auf einem sehr guten Boden und ich gehe hoffnungsvoll in die Zukunft. Alles Gute. Im Namen meiner Mitarbeiter von Heinz Schneidet wünsche ich allen unseren Kunden und Freunden frohe Weihnachten und ein stylisches 2009. Liebe HT1-Seherinnen und Seher, viel zu rasch ist das Jahr 2008 wieder ins Land gezogen. Vieles ist aber in diesem Jahr in unserer Heimat, in unserem Bezirk geschehen und unsere Heimat ist wieder ein Stück noch lebenswerter geworden. Jetzt freuen wir uns auf ein schönes Weihnachtsfest im Kreise der Familien. Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und alles Gute für ein gesundes und wiederum erfolgreiches Jahr 2009. Die Mitarbeiter des Welser-Maximarktes und ich möchten Ihnen auf diesem Wege frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 2009 wünschen. Wir würden uns freuen, Sie auch im neuen Jahr 2009 begrüßen zu dürfen. Ich wünsche den Leserinnen, der Christkirchnerin und des Magazins Die Oberösterreicherin frohe Weihnachten, ein erholsames und geruhsames Fest und alles, alles Gute und viel Erfolg für das Jahr 2009. Wir würden uns freuen, Sie sehen uns beim nächsten Mal.